So meine lieben Filmfreunde, heute Abend noch ein paar Breaking News kurz vor Kinostart in Deutschland von Evil Dead Rise. In einigen Kinos gibt es glaube ich schon ein paar Previews, aber der offizielle Start ist am Donnerstag und heute hatten wir erst in den Blu-ray News eben das Steelbook zum Film gelistet bei den französischen Nachbarn hier bei Amazon 19. August, da soll dieses Steelbook veröffentlicht werden für das Heimkino, dementsprechend dann auch höchstwahrscheinlich die Standard Blu-ray und auch die DVD. Leider gab es hier noch kein Vorschaubild zu sehen, aber jetzt gibt es ein erstes offizielles Vorschaubild vom kompletten Steelbook und zwar bei HMV. Also falls ihr euch nicht spoilern lassen wollt, dann schaltet jetzt gerne ab. Wir gucken uns das Artwork einmal an. Ich klicke hier rüber und dann sind wir hier bei HMV.com und haben das Frontartwork, das Backartwork und dann auch den Innenprint, wie wir das hier sehen können. Und wir gucken uns das einfach mal einzeln im Detail genauer an. Hier haben wir die Vorderseite. Wir sehen Alicia Sutherland hier drauf schon verwandelt. Das wissen wir ja vom Trailer her. Kein schlechtes Motiv, anders als das Kinoplakat finde ich nicht schlecht, wenn sich das Ganze unterscheidet. Allerdings ist hier sehr viel Spielraum und Freiraum sozusagen und da hätte der Titel auf jeden Fall ganz gut draufgepasst. Nach innen gestanzt vielleicht so mit einer Prägung wäre das eine richtig geile Geschichte. So kann es sich sehen lassen, aber ist jetzt auch nichts, was einen auf dem ersten Blick richtig umhaut. Dann haben wir hier eben den Spine oben, Studio-Kanal. Da drunter in der Mitte schön zentriert der Titel. Leserlich passt vom Schriftzug her. Und hier unten haben wir dann die Käsereibe. Ja, das wurde ja schon im Trailer angeteasert, dass die HMV.com zum Einsatz kommt. Finde ich ganz witzig hier mit dabei. Nicht so witzig finde ich das Backmotiv. Also das ist wieder absolut verschenkt. Ich weiß nicht, warum man einen Schriftzug hier drauf macht, wenn man ein Steelbook hat, prädestiniert für tolle Artworks, für tolle Farben mit einem glänzenden Lack hier versehen, dass das Ganze zu Geltung kommt, Metallic-Effekte, Prägungen, was man alles da machen könnte. Und dann klatscht man hier einfach den Schriftzug hin. Mommy loves you to death. Ich habe keine Ahnung. Also stellt euch mal vor, ihr habt dieses Teil designt. Gibt es den Boss zum Abnehmen. Und der sagt dann, jawohl, damit kriegen wir sie alle. Damit hauen wir sie um. Da rennen sie uns die Bude ein, wenn wir den Schriftzug hier hinten drauf klatschen. Ach, das ist einfach nicht mehr zu tocken. Also kreativ. Bankrotterklärung mal wieder. Sehr, sehr, sehr schade. Immerhin sind keine Credits drauf. Ist ja auch schon mal was. Dann haben wir eben den Innenprint. Und hier sehen wir Lily Sullivan. Eben, wie wir sie auch schon aus dem Trailer her kennen und von dem ein oder anderen Vorschaubild, das man uns im Vorfeld hier schon präsentiert hat. Finde ich okay von dem Motiv, weil hier sie auf der linken Seite mit der Kettensäge, hier rechts geht dieses Artwork über und da kommt dann die Diske drauf. Darunter müsste ich nicht unbedingt viel abspielen. Das ist klar. Also von daher ganz cool. Hier wird ihr auch nichts abgeschnitten. Keine Ahnung, ob im Film was abgeschnitten wird oder sonst. Aber hier passt alles auch von den Gliedmaßen. Die Kettensäge geht hier leicht rüber. Scheint aber nicht verschoben zu sein. Das haben wir ja auch schon bei der einen oder anderen Preview gesehen. Also das ist okay. Frontmotiv auch okay. Hier fehlt mir der Titel. Backmotiv leider eine kreative Bankrotterklärung, wie vorhin schon einmal gesagt. Wir können dann eben noch einen Blick hier drauf werfen. Auf meine Evil Dead Sammlung. Hier haben wir mein Sammlungsoverview Video. Und wenn wir das Ganze einmal groß schalten und dann noch ein bisschen weiter vorgehen, dann kommen wir zu den einzelnen Steelbooks, die es damals gab. Ich kann das hier auch ein bisschen laufen lassen. Tanz der Teufel eben das deutsche Steelbook. Hier das amerikanische Steelbook. Das müsste das UK Steelbook gewesen sein. Also hier hatten wir immer die bekannten Motive mit drauf, mit einer verschiedenen Farbstimmung. Hier dann auch noch auf Alt getrimmt. Da könnt ihr dann selber entscheiden, wie sich das neue Steelbook dann in dieser Steelbook-Reihe eingliedert. Ja, hier hatten wir das noch mit dem Sciotti-Motiv. Das war richtig geil. Und hier eben der 2013er Evil Dead. Und hier eben die Tanz der Teufel Collection mit dem geilen Motiv hier drauf. Wenn wir nochmal ganz kurz hier zurückgehen. Ja, da habe ich so einen kleinen Schärfeverlauf gemacht, gehabt. Dann haben wir hier dieses ganz hässliche Geschnittene. Da war die geschnittene Version damals auch noch drin. Und damals war ich halt noch so verrückt. Ich muss alles irgendwie haben, nur um die Collection voll zu haben, sozusagen. Würde ich heute nicht mehr machen. Also das hat sich schon geändert. Aber irgendwie jetzt so im Nachhinein betrachtet, hatte das Ganze auch was. Ja, über Kunst kann man bekanntlich streiten und über Geschmack. Aber ansonsten, ja, die Steelbooks, hier auch, das war das deutsche Müller-Steelbook. Das war auch aus UK. Und dann haben wir hier unten auch noch Army of Darkness. Zwei verschiedene Steelbooks hier. Auch das mit klasse Motiven. Und dann sind wir hier schon eigentlich wieder durch. Also meine lieben Filmfreunde, so viel einmal dann hier zum Steelbook. Schreibt mir eure Meinung gerne unten in die Kommentare rein. Und schreibt mir auch gerne in die Kommentare rein, ob ihr wie ich genauso heiß seid auf Evil Dead Rise. In diesem Sinne soll es das gewesen sein. Danke fürs Zugucken, meine Freunde. Auf bald und Servus. Danke fürs Zuschauen. Ja. Danke fürs Zuschauen. Vielen Dank.